Nicht real. Du bist nicht real. Bin ich nicht. Du bist nur in meinem Kopf. Wie kannst du dir da so sicher sein? Die knarrende Stimme ist näher gekommen und mit ihr auch ihr Atem. Das Gesicht fest ins Kissen gedrückt, wiederholt grau sein Mantra. Nicht real. Du bist nicht real. Die Dielen seines großen Schlafzimmers knarzen. Die Schritte kommen näher. Der Atem wird lauter. Er ist regelmäßig kontrolliert. Und plötzlich haucht die Stimme, die grau so bekannt vorkommt, direkt in sein Ohr. Was, wenn ich dir versichere, dass du nicht real bist?